so steuerung wingsuit schwarzmann wir haben es geschafft ich habe meinen bruder gefunden erlebt ich werde ihn umbringen ich werde immer bei meiner familie bleiben so da sind wir nun tag habt ihr neulich gehört was euer kommunikationslager ist kaputt die hatten sollte ich da runter ich muss darunter aber ich bin tot ich hab's einfach drauf nochmal und wir gehen einfach hier runter so die mission mache ich noch dann mache ich eine aufnahmepause und dann mache ich heute weiter beziehungsweise heute habe ich die aufnahme gemacht ich habe ich hatte einfach den samstag einfach keinen bock äh freitag ist ja freitag heute tut mir leid aber ab und zu kommen auch so phasen und anstatt dass ich dann das sieben folgen einfach nur ja ja weißt du einfach so nix sagen einfach nur spielen das ist auch kacke dann mache ich lieber drei folgen tach mache ich lieber drei folgen und nehmen dann auf wenn ich definitiv besser gelaunt bin sag mal wie weit ist denn das wir haben gelernt nicht an solchen abhängen direkt runter laufen das kann tödlich sein ist es vielleicht auch ach das war ein baum hier gibt es auch vieh ich hoffe ihr hört ihn berge auf dem kompletten feld was läuft hier denn finde ich auch ganz geil dass die tiere sich hier gegenseitig jagen beziehungsweise dass tiere gerissen werden so heißt es ja greenpeace greenpeace oh jason tausende von kugeln kann der einstecken aber ein zwei meter sprung weißt du ist es hier da au das hört sich immer gut an ich sag mal haben wir es jetzt ich würde mir jetzt gerne mal wissen wenn ich ein bisschen weiter links gelaufen wäre hätte und die hätten die mich überfahren hier sind wauwaus da sind ziehen ich hätte mir doch ein auto klauen schnauze doch ein auto klauen sollen jetzt sagt nicht ich muss hier noch hoch ich will doch einfach nur zu diesem scheiß ausrufe zeichen kann ich mich da hin porten oh ja warum mache ich das dann nicht schönen guten tag so jetzt ist es auch nicht so weit jetzt wird das treibstoff lager in die luft gejagt und dann am runter wenn die aufnahme wieder beginnt gibt es gleich kawumm und dann ist eigentlich farcry für das erste glaube ich auch vorbei weil das wird das letzte sein was wir machen werden äh pennt der ich freue mich schon lange darauf die scheiße hier in die luft zu jagen wie die amerikaner sagen und du bist amerikaner sam ja mein vater war bei den navy seals ich wurde geboren als er in texas stationiert war dann versetzte man ihn nach deutschland oh uncle sam verstehe ja einer der gründungsväter glaube ich das solltest du mal nachschlagen vergiss es verbreiten wir etwas festliche stimmung fahrt zu den öldepots ich gebe dir mit den mg deckung gut jetzt wird es wohl etwas brachialer morgen ja ich komme nicht mehr raus ich habe mich fest gefahren Moment oh oh ich habe ein scheiß gefühl ich glaube hier kommen wir nicht mehr raus ja doch ok ich soll hier rein was soll ich hier machen oh ja 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 aber jetzt durch wir bei und den du egal Du bist in jeder Hinsicht unterlegt. Du bist ein ganz schöner Munitioner. Ich schieße da viel rein. Das kriegst du zurück. Gebt Gummiii! Dann kann ich es Ihnen allen heim zocken. Los, erledige das zweite Lager. Ich bin hier heiß! Komm! Einige Scheiße! Rauchst du! Sie ist vorbei! Vielleicht erschieße ich mich selbst. Geht sicher schneller. Einige Scheiße! Du bist tot, Kleiner! Du schürfst nicht als Luftlöcher! Wehe in Position! Sag mir wieder! So! Fuck! Ich bin tot, 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 ich bin tot! Kann ich hier von hinten irgendwie rein? Kann ich hier von hinten heißen? Oh, Sam ist tot. Und ich bin tot. Oh, Sam ist tot. Oh! Oh, Sam ist tot! Oh, Sam ist tot. Ich stirb. So. Da runter. Weg, 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 weg. Steigerin. Steigerin. Digga, du stirbst gleich. Pack das Scharfschütze ein, du Forsthorst. Ich bin jetzt Zeit, bis wir dich kriegen. Ich bin jetzt Zeit, ich bin jetzt Zeit. Ah, Maus. Hier bin ich gerade geschützt. So. Macht dran. Weil wir uns sogar noch vor uns gestellt. Wieso packt ihr immer da Scharfschütze raus? Oh. Das war so klar. Irgendwann musste es ja kommen, ne? Achso. Okay, komm. Ganz ruhig jetzt. Deine scheiß Granate. Oh, Medica. Los, 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 los. Nee. Toll. Wir können weiter sein, wer fliegt, wenn man Spaß hat. Noch eins. Oh, Mann. Ich dachte, ich bin fertig. Und jetzt? An das Maschinengewehr. Ich gehe jetzt rein. Ich muss eins im G. Oh, Mann. Ich gehe jetzt rein. 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 Ah, ihr Motherfuckers. Oh, da kommt echt ein Hubschrauber. So, Hubschrauber ist Geschichte. Ah. 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 Pfff, alter! Der Sieg ist unser! Geschafft! America, fuck yeah! Jetzt noch das Sahnehäubchen und Holz beim Pokam alle machen! Lass mich nicht hängen! Na, triff mich an Holzstützpunkt! Ja, in der nächsten Aufnahme! Ich mach ne Pause! Haha! Ah! Oh, da haben wir ganz schön was in die Luft gejagt, ey! So, gut! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Ich mach jetzt fucking Pause! Und dann geht's los! Morgen! Wieder! Und dann geht's los! 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 Und dann geht's los!